Komm! Erstmal was trinken, ey! Dachte mir schon, euch jetzt zu treffen! Ihr Kinder soll doch alles wirklich ver- Zwei Licht! Als ich noch ein Jungspund war, gab es noch richtig schwere Spiele. Und an einem richtigen Spiel wollt ihr nicht mal zwei Minuten durchhalten. Ich könnte DK Country ganz locker mit einem Leben durchspielen. Was du nicht sagst, alter Schack, du dreckiger! Früher waren Spiele noch Spiele! Ha! Früher gab's keine Spiele, du Idiot! Hehehe! Drei Leben, drei Kornios! Mehr hatten wir nicht! Das Satz kommt mir bekannt vor! Der quäftige Kroktopus versteckt seine Schätze in der vorallen Karambolage! Besser mit Stahlreifen zerbrechen nur, wenn sie gegen eine Wand schlagen! Eigentliche Action! Ich glaube, ich werde alt! Ich muss erstmal ein Nickerchen machen! So, das war der Besuch bei Crankycom! Glühbirnen Drama! Dann machen wir mal von hier! Ach du Scheiße! Ist ja alles dunkel! Sieht mir ja nichts! Ah, nee! Öl! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße, Mann! So! Ist ja wurscht! Jetzt haben wir einen Speicherpunkt hier! So! Krabbeln hier auf der Beene! Alter! Was ist das denn hier? Leck mich! Leck mich! Scheiß Affe! Ne! Ich speichere lieber hier nochmal! So! Haben wir geschafft! Ja! Wir haben es geschafft, Mann! Jetzt können wir endlich den verkackten Spielstand speichern! Soll ich euch Affen was abspeichern? Klar doch! Her damit! So! Wir speichern mal ab! So! 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 Wtf Genau deswegen meine ich das ja auch Bringt uns aber herzlich wenig Ach du Scheiße Nein So Guck mal was der Papi für dich hat Der Papa hat da was für dich Hast du gesehen Papi? Nein Ach komm Ne oder? Ja Oh komm das habe ich doch gewusst So Zack Ach du Scheiße Ne oder? Genau das meine ich So So Hier nochmal So Warte 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 Boah hab ich einen Schock gekriegt Am besten hier nochmal Am besten hier nochmal He Wir haben drei Sträuße aber noch nicht alle Kann man bloß pro äh Spiel einmal den Strauß haben oder Ey klar sicher 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 klar Ja Direkt vor der Fresse erstmal so ein Amadillo 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 meine ich Sicher Sicher Mann So ein abgekackter Amadillo So ein abgekackter Amadillo Hallihallo Jungs habt ihr was zum speichern? Zu speichern meinst du wohl Äh Ja klar immer was zu speichern Immer was zu speichern So Mal gucken was jetzt dieser Endgegner ist Da bin ich echt froh äh Dass ich dann diese Kackinsel fertig hab Ha Wirly Quantis Raserei Dann gucken wir mal Ah nicht schon wieder der Biber Den hatten wir doch letztens erst ALTER Bist du behindert? ALTER ALTER Ich hab keinen Bock mehr auf so'n Scheiß Scheiß Dreck Biber Halt halt die Fresse Du Mongo Du blöder Mongo Den hatten wir doch schon mal den Typen am Anfang Und der ist jetzt ein bisschen schwerer gewesen Krimskrams GmbH Ach du Scheiße Krimskrams GmbH Darf ich echt nicht wissen Darf ich echt nicht wissen was da mich erwartet hat Wie wär es mit einem kleinen Dreher in meinem Speicherfuss? Dann geh mal rein So Wo ist Funkys Flüge? Ach die waren Hä wo waren die denn? Ach doch die waren da Ne Nicht jetzt doof Funkys Flüge hallo Ach die waren oben Da war ich doch richtig jetzt gerade Oh je Oh je So Ich hoffe das ist die letzte Krimskrams GmbH Der Schuppen hat es schon längst dicht gemacht Oh je Ölfass Bolle war Ach du Scheiße Es sieht ja alles technisch Hoch aus Und vor allem Ich wusste gar nicht Ich bin schon wieder Ja ist gut Wollte ich schon Die Krimlings haben da ganz schön Ist das, äh, die Geheimfabrik von Donkey Kong, oder was? Was soll das für eine Fabrik sein? Ich hab die noch nie gesehen in dem Spiel. Die Ähnelt vom dritten Teil ist ziemlich ähnlich. Also, die Ähnelt im dritten Teil stark nach. So, bin natürlich ein Pro, das hab ich gewusst, dass es da drin war. Das hab ich auch gewusst. Okay. Ich bin ein Pro, in dem Spiel. Also, das ist ein einfaches, leichtes Level gewesen. Also, ich frag, warum ich da einen Speicher, einfach aus dem Grund, weil das Öl fast... Ach, die können außen angehen. Mhm. Guck mal, da ist unser... ...Freund. Der Affe. Alter. Alter. Halt doch den Arsch, offener Typ. Achso, da muss man jetzt hochspringen, oder was? Ja, ist ja gut. Alter. Alter, bist du besoffen, oder was? Da stehen gleich zwei von den Typen. Was, was? Wuhuuu. So. Okay. Fick dich! So. Ach, komm, leck mich doch. Ja, sicher, sicher. Ach so. Ja. Ach so. Ach so. Ach so.